Herzlich Willkommen zum vierten und letzten Video zum IT-Verialpraktikum. Es geht noch mal um Zusammenhangshypothesen. Diesmal, wenn wir weder ordinale noch metrische Daten haben, sondern kategoriale oder manchmal sagt man ja auch nominal skalierte Daten. Da hatte ich schon in dem ersten Video hergezeigt, diese Grafik, wo man doch ganz gut sieht, dass die Aufteilung der Aufgabenformate auf die Komplexitätsbereiche eher nicht gleichmäßig ausschaut. Und auch sowas können wir prüfen. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Komplexitätsbereich und Aufgabenformat oder ist das eher zufällig noch diese Streuung, die da besteht? Hier wird man mit bloßem Auge sagen, na, das ist nicht zufällig. Man könnte das dann auch für die Handlungsbereiche untersuchen. Da sind die Unterschiede nicht ganz so gewaltig, aber vielleicht auch noch überzufällig. Das wird dann wieder die Aufgabe am Ende des Videos sein. Gut, wenn wir das untersuchen wollen, dann brauchen wir diese Kontingenztabellen und das habe ich schon wieder ein wenig vorbereitet in Excel. Wenn Sie hier schauen, hier oben sollen nachher die beobachteten Daten rein, hier unten sollen die erwarteten Daten rein, hier bestimmen wir die Differenzen, dann summieren wir die und berechnen diese ganzen Kennzahlen. Zunächst mal muss ich jetzt aber diese Kreuztabelle anlegen. Ich mache das jetzt wieder so, einfach der Übersichtlichkeit halber, dass ich mir die zwei entsprechenden Spalten wieder aus der Mastertabelle zunächst mal hier herein kopiere. Die erste Spalte, die ich da brauche, sind die Komplexitätsbereiche und die zweite das Aufgabenformat. Glück gehabt, die stehen direkt nebeneinander, das kann ich also so zusammen hernehmen, kopieren und hier dann einfach wieder einfügen. Ich nehme hier mal sicherheitshalber Werte einfügen, falls da mal Zellbezüge drin stehen würden. Das wäre da nicht so günstig. So, jetzt wollen wir, dass hier gezählt wird, wie oft in dieser Spalte BC die Kombination K1-Mc auftaucht. Also Aufgaben aus dem Bereich Komplexität K1 und im Multiple-Choice-Format. Dafür gibt es die Zählen-Wenns-Funktion. Das funktioniert so, ist gleich Zählen-Wenns, sagt der mir, da sollte ich noch ein H reinschreiben, sonst wird das nichts. Zählen-Wenns-Kriterienbereich, Komma-Kriterien. So, der erste Kriterienbereich, hinter die Klammer, der erste Kriterienbereich, das ist hier das hier. Da muss ich nachgucken, ob da das K drin steht. So, wo steht jetzt hier in meiner Tabelle das K? Da steht hier oben rüber und jetzt zweiter Kriterienbereich. Ich will zählen, wenn hier im C steht, also diesen Bereich. Und Semikolon wieder. Und jetzt steht das MC hier. Klammer zu. Jetzt zählt er das schon ganz nett, aber ich will die Formel ja hier hinterher wieder brav rüber kopieren. Und da muss ich noch eine kleine Anpassung machen. Der soll ja immer in B2 bis B49 nachschauen. Deswegen kommen hier wieder die Dollarzeichen herein. Und was auch noch wichtig ist, ich kopiere die Formel nachher auch herunter. Es steht aber immer in der dritten Zeile dieses K1, K2, K3. Also gehört hier noch ein Dollar davor. So, hier brauche ich jetzt wieder C2 bis C49. Das muss auch festgehalten werden. Und es muss sogar festgehalten werden, dass das immer ein C ist. Da muss also auch ein Dollar davor. Da haben wir hier auch noch ein Dollar davor. Und hier vorne genauso, weil ich das auch zur Seite kopiere, brauche ich wirklich einen absoluten Zellbezug. Immer beide Dollarzeichen. Wohingegen hier, da soll das schon seitlich mitrutschen, aber es soll nicht nach unten rutschen. Und hier ist es genau umgekehrt. Ich muss immer in der Spalte F gucken, aber es soll die Zeile mitrutschen, also Dollar F4. So, jetzt ändert sich da gar nichts. Aber wenn ich das jetzt hier herunterziehe, macht der mir die richtigen Zahlen rein. Und wenn ich es herüberziehe, macht der auch die richtigen Zahlen rein. Woher kann ich sehen, dass das die richtigen Zahlen sind? Naja, in den 3Ks sollte es zum Beispiel immer 16 als Summe geben. So. Okay, 16. 16, 16. Passt. Hier ist das nicht, da muss nicht 16 rauskommen. Da muss nur nachher als Summe natürlich wieder die Aufgabenanzahl herauskommen. Insgesamt, also die 48. Jetzt ziehe ich das herunter. 14 plus 15 ist 29 plus 19 ergibt 48. Das haut hin. So, ich kann es auch mal prüfen. Ist gleich Summe, weil die Zahl brauche ich nachher eh. 48 Beispiele insgesamt. So, jetzt kann ich hier für die erwarteten Werte, muss ich immer rechnen, Zeilensumme von oben geteilt durch das N, das ist immer diese Zelle, mal die Spaltensumme. Das heißt, ich muss mir hier unten mal die Zeilensumme und die Spaltensumme vielleicht einfach wieder herüber kopieren. Ist gleich das hier oben, rutschender Zellbezug. Also nichts mit Dollarzeichen. Hier herüber. Jetzt nehme ich das hier noch und ziehe das hier herüber. So, jetzt stehen da genau dieselben Randwerte. So, jetzt soll ich hier reinschreiben die Zeilensumme. Die Summe in der Zeile, die steht hier hinten. Und jetzt wieder aufgepasst, was brauchen wir da? Da darf die Spalte nachher nicht verrutschen. Also ein Dollarzeichen muss vor dem J stehen, aber keins vor der 13, weil ich ziehe es ja auch nach unten. Geteilt durch das, was hier unten steht, die Gesamtsumme, das N. Da brauchen wir beide Dollarzeichen. Und das Ganze wird dann nochmal genommen mit der Spaltensumme. Also der Summe in der Spalte. Die steht hier unten. Und da muss das jetzt so sein, dass da bitte die 16 sich nicht verändert, weil das muss der immer aus derselben Zeile herauslesen. So, jetzt können wir das nämlich ganz brav hier einerseits herunterziehen und dann andererseits herüberziehen. Das sind die Erwarteten, dass da jetzt überall dasselbe steht. Das liegt daran, dass hier ja überall 16 drin sind. Da müsste, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe zwischen dem Komplexitätsbereich und zwischen dem Aufgabenformat, dann müsste das ja doch so sein, dass man halt sagen kann, aha, es sind überall 16, also sollten auch überall gleich viele von Multiple Choice, von Halboffen und von Offen drin sein. Und damit das klappt, müssten hier halt 4,67, 6,33 und 5 sein, wenn man an dieser Aufteilung 14, 19, 15 festhalten würde. So, jetzt brauchen wir ja irgendwann das Chi-Quadrat. Und das Chi-Quadrat ist die Summe eben der Unterschiede, die zwischen diesen inneren Zellen hier und den inneren Zellen hier zu berechnen ist. Und das geht jetzt am besten so, dass man es einfach hier zunächst mal die Teilsummen ausrechnet. Ich muss immer rechnen, den beobachteten Wert minus den erwarteten Wert zum Quadrat durch den erwarteten Wert. Also, Klammer auf, beobachtet minus erwartet, geteilt durch erwartet. So. Ah, das Quadrat habe ich vergessen. Beobachtet minus erwartet zum Quadrat durch erwartet. So, habe ich schon gewundert, soll ein quadratischer Abstand sein, damit dann, da wir gerade keine Vorzeichenprobleme kriegen. So, da habe ich das ausgerechnet. Da sieht man auch, am stärksten war ich das hier oben ab. Ist auch klar zu erkennen, da sind 11 drin, eigentlich gewandert nur 4,67 rein. So, das N, das kann ich mal gerade übernehmen. Das N war 48. Was ist das K? Das K ist das Minimum von Zeilen und Spalten. In diesem Fall haben wir gleich viele Zeilen wie Spalten, 3 und 3. Dann ist das einfach 3. Sie kriegen nachher die Aufgabe, dasselbe mit den Handlungsbereichen zu machen. Da hinten sind dann 4 Spalten, 3 Zeilen. Zum Minimum immer noch 3. So, das G-Quadrat ist einfach die Summe dieser ganzen Unterschiede. Da muss ich also einfach reinschreiben, ist gleich Summe. Und dann hier über den ganzen Kraladeradatsch drüber. So, also das ist unser G-Quadratwert. So, jetzt als nächstes der Kontingenzkoeffizient. Da brauche ich wieder mein G-Quadrat, eine Wurzel daraus und dann N plus das G-Quadrat in den Nenner. Also wieder ein bisschen aufpassen mit den Klammern. Ist gleich Wurzel, Klammer auf, das G-Quadrat, geteilt durch, Klammer auf, das N plus das G-Quadrat. Klammer zu. Und nochmal Klammer zu. So, 0,54. So, jetzt brauchen wir noch das K-Max. Das ist hier dieses Klein-K, also das Minimum von Zeilen und Spaltenanzahl. Minus 1 geteilt durch K und daraus die Wurzel. Okay, müssen wir wieder aufpassen. Genug Klammern öffnen. Ist gleich Wurzel von Klammer auf K. K kann ich natürlich nicht schreiben. Die Zelle, wo das K drin ist. So, minus 1, Klammer zu, geteilt durch, wieder diese Zelle, Klammer zu, fertig. So, 0,81. So, jetzt, was ist das K korrigiert? Das ist, einfach das hier, geteilt durch das K-Max. So, jetzt haben wir 0,669, also 0,67. Das ist schon so ein relativ starker Zusammenhang, was wir schon auch aufgrund der Tabelle vermutet hätten, weil eben bei dem K3 das doch sehr ungleichmäßig verteilt ist. Andererseits K1 und K2, wenn man mal schaut, 2 zu 8 zu 6 und 1 zu 10 zu 5, das ist nicht ganz so sehr unterschiedlich. Deswegen kriegen wir hier auch noch nicht 0,9 oder noch was Größeres raus. So, berechnen vielleicht auch noch mal das Krammer C. Das ist einfach Sk² durch N mal K-1 und daraus die Wurzel. Sie sehen schon, wir quälen sie hier mit der Wurzelfunktion. Und Wurzel. Und jetzt wieder über dem Nenner haben wir nur ein Sk² stehen. Dabei also keine zweite Klammer. Und das Ganze geteilt durch, aber jetzt wieder eine Klammer auf. Das N, das steht hier. Mal und jetzt noch mal wieder eine Klammer auf. Das K und das minus 1 und die Klammer zu und die zweite Klammer zu und die dritte Klammer zu. So, also auch Klammer C mit 0,46 deutet auf so einen mittleren Zusammenhang eher hin. Jetzt fehlt noch der G-Quadrat-Test. Also können wir vielleicht vermuten, dass wenn jemand ähnliche Aufgaben stellen würde, der auch zu so einer Aufteilung kommen würde. Also ist so ein Unterschied, kann man da sagen, ach, im Prinzip sind die K1, K2 und K3 Aufgabenuniversen gleich. Da sind jetzt nur zufällig 16 so ungleich verteilt herausgezogen worden. Probieren wir das mal aus. Da steht die Formel auch drin. G-Qu-Punkt-Test. Jetzt ist das recht leicht. Das ist der leichte Teil. Beobachtete Messwerte braucht man nur den inneren Teil der Tabelle. Semikolon erwartete Testwerte. Klammer zu. So, da haben wir Glück gehabt. 0,3 mal die 0 und dann erst eine 4. Dass so eine extrem ungleiche Verteilung auf diese Komplexitätsbereiche rein zufällig ist, das kann man eigentlich keinem mehr erzählen. Das sollte nicht passieren, wenn die Aufgabenuniversen gleich sind. Damit sind wir fertig mit den Kontingenztabellen. Sie haben jetzt die Aufgabe, genau dasselbe zu machen, nur dass Sie hier oben bitte die Handlungsbereiche hernehmen. Das sehen Sie schon. Sie können im Grunde genommen die Lösungstabelle hier durchaus weiter benutzen. Sie müssen nur die Summenspalte 1 zur Seite geschrieben, hier das H4 reinschreiben und dann so ein bisschen die Berechnung anpassen. Aber größtenteils können Sie auch wieder diese Tabelle als Vorlage verwenden. Dann viel Erfolg dabei. Ja, das war jetzt noch nicht ganz genau richtig. Da müssen Sie vielleicht noch mal zurückschauen. Prima. Sie haben die Fragen alle richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Damit sind Sie mit diesem Video fertig.